Die Integralrechnung ist wirklich fantastisch. Wer hätte gedacht, dass man Flächeninhalte zwischen Funktionsgrafen und der x-Achse in einem bestimmten Intervall wie diesen hier oder auch diesen so präzise berechnen kann? Tja, Integrale machen es möglich. Aber auch die Integralrechnung hat ihre Grenzen. Diesen Flächeninhalt zwischen den zwei Funktionsgrafen werden wir ja wohl kaum berechnen können, oder? Geht auch? Mit Integralrechnung? Ach, hör mir auf. Das glaube ich erst, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Da muss anscheinend noch Überzeugungsarbeit geleistet werden. Wir schauen uns die Sachlage mal ganz nüchtern an. Von der Idee her ist es eigentlich ganz einfach. Wenn wir den Flächeninhalt zwischen dem oberen Grafen und der x-Achse und auch den Flächeninhalt zwischen dem unteren Grafen und der x-Achse kennen, erhalten wir den Flächeninhalt zwischen den beiden Grafen, indem wir den kleineren Flächeninhalt vom größeren abziehen. In diesem einfachen Fall, in dem beide Funktionsgrafen oberhalb der x-Achse verlaufen und sich in dem betrachteten Intervall nicht schneiden, ist der Flächeninhalt zwischen den Grafen einfach gleich der Differenz der bestimmten Integrale der Funktionen f und g. Diese Differenz von zwei Integralen können wir dann auch zu einem Integral zusammenfassen. Vom Prinzip her gar nicht so kompliziert. Aber was ist, wenn die Funktionsgrafen nicht ausschließlich oberhalb der x-Achse verlaufen und sich in einem oder mehreren Punkten schneiden? So wie es hier der Fall ist. Wenn wir einen kühlen Kopf bewahren und uns überlegen, wie wir vorgegangen sind, als wir Flächeninhalte zwischen einem Grafen und der x-Achse berechnet haben, kriegen wir auch dieses Problem mit einfachen Hilfsmitteln gelöst. Zuerst sollten wir uns klarmachen, in welchem Intervall der Flächeninhalt bestimmt werden soll. Hierzu gibt es grundsätzlich zwei Aufgabentypen, zwischen denen wir unterscheiden müssen. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 trying to